hallo ihr lieben schön dass ihr wieder dabei seid heute gibt es ein produkt was ich euch versprochen hatte vorzustellen also ich habe es getestet und jetzt ist es an der zeit euch das vorzustellen da es ja auch draußen kälter geworden ist edgeperfect wunderbalsam mit manuka honig das sind 40 milliliter kosten 11,95 kostet 11,95 eine sehr schöne verpackung und das ist sie nennen es wunderbalsam weil es repariert die haut pflegt es intensiv besonders trockene hautpartien es gibt übrigens von dieser manuka serie noch eine tagescreme und eine nachtcreme aber das ist jetzt dieses wunderbalsam was für den ganzen körper angewendet werden kann ob jetzt für die hände für die ellbogen für generell für trockene hautpartien oder auch über eine wenn ihr das gefühl habt gerade im winter dass eure creme zu wenig ist und ihr so ein bisschen mehr mehr fett braucht also auch als schutz gedacht ist diese salbe mit diesem wunderbaren nektar also honig nektar ist für jeden hauttyp geeignet für trockene haut für reife haut für sehr trockene haut aber auch für jüngere haut was auch ganz toll ist man kann das sogar unter die augen aufgeben also mir geht es oft so wenn man sich normal seine augencreme aufträgt dann hat man so nach ein paar stunden das gefühl gerade hier in diesem winkel das trocknet so ein bisschen aus und das kann man getrost hier ich werde das jetzt mal aufmachen und euch zeigen ist sehr das ist so ein gelb gelb golden ist die farbe ganz ganz leicht samtig und das kann man sich dann hier so leicht unter die augen einklopfen aber nicht direkt am wimpernrand ja so ein bisschen weiter drunter das ist auch keine kriechöle drin für die hände ich wiederhole mich für die ellbogen generell wenn man so schuppige leichte trockene stellen hat die haut die wird sofort ganz ganz zart und geschmeidig und dieses spannungsgefühl verschwindet sofort wirkstoffe des manuka honigs enthalten reichhaltige lipide und nährstoffe die die haut pflegen besonders jetzt im winter wir haben draußen die kälte wir haben den wind wir haben die heizungsluft und das alles stresst die haut und da haben die sich gedacht wir nutzen mal die wertvollen nährstoffe dieses honigs der manuka honig wird aus den blüten des manuka strauches aus neuseeland gewonnen ist verwandt mit dem australischen teabon öl baum und der manuka honig gilt als der teuerste honig der welt und l'oreal hat sich das zu nutze gemacht die wertvollen eigenschaften dieses manuka honigs ja also das ist jetzt kein tutorial das ist einfach nur eine information eine produktinformation dieses also wer jetzt honig übrigens nicht mag es gibt menschen ich kenne auch leute die mögen honig nicht die kriegen die krise schon wenn sie das riechen es riecht natürlich stark nach honig aber wer honig mag ist das sehr angenehm das hat so einen warmen schönen blumigen geruch und auch wenn man jetzt diese man kann sogar sandcreme benutzen nur als handcreme kostet wie gesagt 11 95 man braucht nur ganz ganz wenig ist sehr sehr sparsam dieses produkt und ich habe das gedacht naja also wunderbar aber also zum beispiel hier die nagelfalze ist ja auch oft sehr trocken im winter draußen kalt drin warm spülen wasser etc und erreicht manchmal eine handcreme nicht aus und da kann man das als zusatz das ist ja ein balsam was man sich jetzt nicht ganz flächig aufs gesicht aufgibt kann man wohl aber auch wie gesagt im winter wenn jetzt skifahren geht oder so ne tragt eure creme auf mit lichtschutzfaktor und dann das drüber ist das auch schützend ja eine geniale erfindung wieder mal und die tages und nachcreme kenne ich noch nicht die habe ich noch nicht getestet und ich glaube die werde ich auch nicht testen das ist glaube ich ab 60 plus ist das dann für 60 plus ist das geeignet diese sehr reichhaltige nährstoffreiche pflege ich würde sagen optimal zum nachcreme oder als pflege zwischendurch besonders für sehr gestresste hautpartien oder zum beispiel auch die nase fällt mir gerade ein dann im winter hat man das auch hier so ein bisschen man schnupft mal so ein bisschen trocken und rau es gibt abhilfe wunderbalsam mit manuka honig in diesem sinne ihr lieben wünsche ich euch wie immer das beste seid besonders gut zu euch und zu eurer haut und bis bald ciao